Berlin Tech ist ein Festival von Ideen. Und ich kam hier, weil ich glaube, dass wir unsere Hände zusammenbauen müssen. Es ist ein riesiges Festival, wo ganz verschiedene Menschen und Akteure zusammenkommen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Berlin ist das Zuhause dieser größten Nachhaltigkeitsmesse in Europa. Das Besondere hier ist der Spirit. Hier sind Gründerinnen und Gründer, teilweise auch etablierte Unternehmen, mit der Freude an Innovation. Ich glaube, das ist für Deutschland, aber auch darüber hinaus zukunftsweislich. Ich denke, es ist toll, diese Lösungen zu sehen, die diese Leute arbeiten. Aber es ist wichtig, dass man alles über diese Start-ups sieht. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Denkmuster verändern, dass wir vom Klein-Klein zum Bigger Picture kommen und dass wir möglichst schnell die Transformation vorantreiben. Was ich hier bekommen, ist quasi eine amerikanische Gefühl der Optimismus, dass Dinge können durch technologische Lösungen sein, und dass es eine Lösung für alles gibt. Klima-Aktion bedeutet, dass es jetzt ist. Und wenn wir zwei oder drei Jahre warten, dann verlieren wir alle Möglichkeiten. Das ist ein sehr spezielles Moment. Genuinely ein spezielles Moment. ... Das ist ein sehr spezielles Moment. Wir müssen uns hier nachdenken,